Dann wird Ihnen Ihr Video gezeigt und siehe da, mit einem Mal sind Sie meistens sehr schnell, sehr einsichtig. Dass in modernen Autos der Fahrer gar nichts mehr tun muss, ist noch eine Vision, aber der Trend geht eindeutig dahin. Was der neueste Stand der Elektronik ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der immer dichter werdende Verkehr verlangt viel vom Autofahrer. Manchmal zu viel.